über bombentrichter und herabstürzende haustrümmer hinweg eilten alle auf den stefanienplatz dort harrte die familie inmitten des flammenmeers stundenlang aus infolge der hitze entstand trotz windstille ein so großer sog daß allen die kopfbedeckungen weggerissen wurden sogar bei uns in zittau fanden wir später rollenbücher der semperoper und papiergeldscheine die durch den sog aus dem fast 100 kilometer entfernten dresden entführt worden waren in den morgenstunden brachen alle auf um bei tante handchen in oberloschwitz ein unterkommen zu finden deren haus noch unversehrt geblieben war am februar war es auch mit diesem zufluchtsort vorbei gegen mittag erfolgte ein amerikanischer angriff gerade als alle den keller aufgesucht hatten fiel eine bombe auf die vorderseite des hauses und vernichtete diesen teil